Die Saison ist vorbei, die Bikeparks sind geschlossen und der Winter kommt. Es ist bald Off-Season, Leute. Freut ihr euch jetzt schon auch so enorm auf den Sommer 2022 wie ich? Also ich hab richtig, richtig Bock da drauf. Um diese coolen Sommertage, die wir aber im Jahr 2021 irgendwie erlebt haben, Revue passieren zu lassen, hab ich mal ein cooles Video aus dem legendären Bikepark in Leogang vorbereitet. Und damit ein herzliches Willkommen an alle vor dem Bildschirm da draußen. Und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder auch neu dabei seid, wie auch immer. Wie ihr ja letzte Woche in meinem Video gesehen habt, sind wir den Wurzel- und den A-Sitz-Trail von Saalbach Richtung Leogang gefahren. Weil das so super kräftezehrend und nervenraubend war, hab ich irgendwie vergessen, so ein Intro für das Leogang-Video zu machen. Weshalb ich das jetzt hier aus dem Studio mache. Ich quatsche jetzt hier aber gar nicht mehr so lange rum. Ich wünsche euch einfach jetzt viel Spaß mit dem Video. Und wenn ihr das Video cool fandet und Bock darauf habt, lasst gerne ein Like, ein Kommentar oder ein Abo da. Also viel Spaß mit dem Video. Bis später. Möchtest du einmal Hallo in das Video sagen? Hi. Wir haben nämlich den Steffen getroffen. Der hat mir bei Instagram geschrieben. Und der führt uns jetzt die Hangman 1 runter, sodass wir da lebendig unten ankommen. Sagte er zumindest. Ohne Garantie. Sagte er zumindest. Wie sieht es bei dir aus? Bei der Fahrt vor? Ja, fahrt über vor. You wanna go first? Nein, muss man so downschauen. Okay, gut. Dann kann ich ja Deutsch reden. So richtig habe ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht begriffen, dass ich im legendären Bikepark Leogang bin und auch hier Fahrrad fahren werde. Natürlich kannte ich auch ein paar Trails schon aus Videos, aber live ist das alles immer ein bisschen anders. Wir starteten also mit der Hangman 1, eine schwarze, technische und anspruchsvolle Line, wie ich im Laufe dieser Abfahrt gemerkt habe. Yo! Alter, was geht denn hier ab, ey? Wer denkt, dass diese 2,1 Kilometer Länge und die 358 Tiefenmeter superschnell und einfach zu fahren sind, der Irrt auf jeden Fall gewaltig. Zumindest, wenn man noch nicht so lange auf dem Bike sitzt. Hör mal, der Part war ja schon heftig jetzt. Mit Wurzeln, Steinen, North Shores, optionalen Drops und engen Kurven hat die Hangman 1 ein bisschen so die Charakteristik von einem Single Downhill Trail. Und wie ihr ja wisst, mag ich einfach so eine Mischung aus allem. So von dem Wurzeln, so das, was hier jetzt gerade war, da funktionieren wir gleich mehr. Junge, du butterst da mit dem 27er eh krass runter, muss ich sagen. Du fährst da einfach, tut, 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 ja, das sieht gut aus, ehrlich. Auch eigentlich. Ja. Ich freue mich nur auf den 29er, 19 Zoll. Ja, das wirst du schon merken, den Unterschied. Die Tatsache, dass Steffen hier mit einem 27,5 Zoll All-Mountainbike von Radon mit 140 Millimeter Federweg vorne und hinten so gut den Trail gefahren ist, beeindruckt mich nach wie vor noch. Und zeigt, dass mit genügend Skill auch vieles möglich ist. Steffen sagte uns bereits vor dieser Abfahrt auch, dass es eine Stelle gibt, an der er sich schon mal zerlegt hat. Und dass es in diesem Run an der fast exakten selben Stelle wieder passieren musste, hatte keiner gedacht. Shit, shit, shit. Alles gut? Alles gut. So, viel Spaß, Jungs. Ja, ich auch, ne? Zum Glück ist nichts Schlimmes passiert und nach einer kurzen Pause konnte es dann weitergehen. Diese großen Wurzelpassagen auf der Hangman 1 sind wirklich nicht zu unterschätzen. Wenn man sich nicht zu 100% konzentriert, kann man relativ schnell seine Line verlieren. Ich höre die Jungs nicht mehr her, für den Wahnsinn. Wie ihr ja wisst, bin ich mit meiner Schulterverletzung eher mit angezogener Handbremse unterwegs gewesen. Zumindest was das Springen betrifft. Ich hatte mir dafür aber allerdings vorgenommen, Anlieger zu üben. Ich habe ja bereits damit in Sölden angefangen und muss sagen, dass ich mittlerweile schon deutlich besser durch die Kurven komme und nicht mehr so viel Speed dabei verliere. Dass da aber noch viel Luft nach oben ist, steht natürlich außer Frage. Nachdem wir die Hangman 1 hinter uns gelassen haben, folgte der Flowlink. Der Flowlink ist ein Paradebeispiel für einen coolen Verbindungstrail. Je nach Leinwahl ist hier jedes Skill-Level irgendwie versorgt und man kann frei entscheiden, ob man durch die Luft fliegen oder am Boden bleiben möchte. Auch wenn der Trail mit nur 0,7 Kilometer recht kurz ist, macht er massiv viel Spaß und hat mich dazu verleitet, ein paar Sprünge zu versuchen. Juhuuu! Hast du den nicht mal aufnimmst? Den eigentlich auch. Also wir sind jetzt den Flowlink gefahren und das ist jetzt Hangman 2. Ja, ja, dann let's go. Jo, den muss man abziehen. Es folgt, wie schon erwähnt, die Hangman 2. Von mir auch liebevoll die Autobahn genannt. Im Vergleich zu Hangman 1 ist diese hier eine blaue, superbreite, schnelle und mit Riesenanliegern ausgestattete Line, die super flowig zu fahren ist. Oh! Diese Step-Ups, Hilfe! Ich kenn dir nix! Ah! Auch wenn die Hangman 2 nicht mehr im besten Zustand war, hat diese übertrieben viel Spaß gemacht und man konnte sich super auf seine Anliegertechnik konzentrieren. Boah, Alter, die Kurven sind ausgebombt hier. Boah, Alter! Hier rappelt es. Ja. Der wird von Tag zu Tag schlimmer. Bremswellen des Todes hier. Oh, ja. Ja, ja, ja. Boah, Alter! Boah, Alter! Spannende Musik Spannende Musik Im mittleren Abschnitt der Hangman 2 gibt es noch eine kleine, aus recht großen Tables bestehende Jumpline. Ich kann nur erahnen, dass es unfassbar viel Spaß machen muss, wenn man die gut springen kann. Was ich wiederum auch noch cool finde, ist, dass dieser Trail auch einfach wieder für jedes Skill Level was zu bieten hat. Die können Anfänger rumfahren, die können Profis herfahren und alle werden Spaß haben. Schönen! Nicht! Im unteren und somit auch letzten Teil, welcher durch einen dichten Wald geht, fährt man durch sehr viele Anlieger in Richtung Tal. Es ist teilweise nicht so einfach, das Tempo zu managen. Das Fahrrad wollte auf diesem Trail oftmals schneller als ich, während ich versucht habe, meine Bremsen zu schonen. Aber ich glaube, dass genau das dazu gehört, wenn man irgendwie lernen und besser werden möchte. Man muss einfach diese Erfahrung sammeln und viele Trails fahren und auch einfach mal ein bisschen versuchen, über seinen Schatten zu springen oder mal die Bremse aufzulassen. Oder ihr wisst schon, was ich meine. Nach einem kurzen Stück Radweg durchs Tal sind wir dann in Leogang unten angekommen und haben erstmal eine schöne Pause gemacht. Wie ihr sehen könnt, sind wir in Leogang und wir haben gerade mit dem Steffen, der mich bei Instagram angeschrieben hat, eine coole Abfahrt gemacht. Nämlich die Hangman 1 war das, dann den Flowlink und dann die Hangman 2. Jetzt haben wir hier unten einen schönen Alm-Dugler getrunken. Und wie fandest du den Trail? Anspruchsvoll, aber richtig, richtig geil. Wir hatten jetzt eigentlich vor, noch die Weltcup-Downhill zu fahren, da wir aber Hangman 1 schon recht anspruchsvoll fanden und relativ im Arsch sind. Verschieben wir das mal auf nächstes Jahr. Und wir werden jetzt hochgondeln und dann wieder den Asitz-Trail und den Wurzeltrail zurückfahren. Und dann können wir nochmal den Panoramat und den Monty-Trail fahren. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und wir sehen uns dann nächste Woche in meinem nächsten Video. Bis dahin bleibt ihr bitte gesund, macht's gut und bis dann. Ciao.